It's time for world on the ground wrestling. Was hast du gesagt? Dann verzichtet er freiwillig ein Jahr lang auf Titelmatches. Na gut, wir, warte, unsere, Moment, Moment, also sollten wir uns bereit sein, sie muss einmal ihr Uhrzeit einstellen, weil wir brauchen ja Stopp für den Plätzen. Das heißt aber nicht, ja, der Kampf kann trotzdem 20 Minuten gehen, aber wenn er es nicht innerhalb von 6 Minuten schafft, geht der Kampf schon noch weiter, aber er hat halt keine Titelchancen. Ja, das darfst du nicht mehr noch nicht. Gut, bitte. Kampf frei! Rollen Sie! Uhhh! Neuesnya! Neueslob! 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 Oh, ein Kräftemessen mit Menschen. Kräftemessen. Und ich sehe, Pöpschen. Wer wandaliert da? Normalerweise bin ich Sie. Aber warte, ich muss mich auf den Kampf konzentrieren. Es ist sicher von mir ein Grünern, Popsch. Mit Strafen. Das Kräftemessen scheint nicht so aus, als der einer stärker ist als der andere. Ich warte ab, also ich schau zu. Und schon wieder. Das ist ein intelligentes Wrestling, wenn er auf Zeit spielt. Die erste Minute Kampfzeit ist die Schifte. Oh, Shoulderblock. Er hat sich ein bisschen bewegt, kannst du sagen, was du willst. Er bewegt sich, aber er folgt nicht. Ich mag es einmal andersrum. Was ist mit dem Glastotech? Ich wollte Glastotech. Okay, ei, 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 ei. Zwei, ei, 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 ei. Na ja. Wie schauten wir es aus? Wo ist Poliskaj! Wo ist Poliskaj! Wo ist Poliskaj! Oh, wo ist Poliskaj! Wer gewinnt? Das ist gut. Hoppala! Da liegt dann gut, dass er denkt, wie der Tor Toninger gewonnen hat. Und ein Schlag in den Rücken, ein zweiter Schlag in den Rücken. Es ist eindeutig ein technisch hochwertiges Match. Die zweite Minute ist vorbei! Ich weiß, dein Antrieb ist erschütternd und du wüsst nicht, dass das die Leute sehen. Der hat gesessen, wie er vorgelegt hat. Wir da zwei auf den vorarmen Knie, auf den oberarmen Knie, oje. Er geht auf den R. Der rechte Arm ist das, ja? Also mein üblicher Spruch, brich einmal das Assl. Er braucht eh nur einen. Keine Aufgabe! Er gibt nicht auf! Du kannst den ganzen Tag sitzen! Nein, du bist ein Postler! Du gehst spazieren! Du hast dich in die Innenschicht versetzt! Keine Aufgabe vom... ...Vor Toninger! Das macht der weh! Oh, aber die Kraft musst du einmal haben! Hey! Die Kraft wieder! Ein Snapbeer mit einem... Aus einem Armhebel heraus! Oh! Seht ihr auf der Knie! Stoß! Die dritte Minute ist vorbei! So schaust ihr! So ist es nicht möglich! Bei dir! Einer kann mit Urlaub! Wir tagen zwei an Popo! Aber er hat eh eine Knabe, nachdem er ihn geistert! 3 Minuten 40 3 Minuten 50 Also mehr als die Heutzeit schon Die vierte Minute ist vorbei Brauchte Brauchte Den haben sie im Kopf, oder? Leitet den Kampf, leitet die Glocke, nicht den Kampf so schön. Laut Referee Sieger dieses Kampfes durch Disqualifikation. Toro Toninger! Der Toro Toninger hat gewonnen, weil die zwei anderen in Toro Toninger niedergerannt haben. Also der Referee sieht das so, dass es für den Läusl zum Läusl kommt. Sagst du nicht bitte, was diese Scheißaktion soll? Ich hätte den Läusl ganz fair besiegt in diesen 5 oder 6 Minuten. Ganz fair. Was macht der Trocken hier? Lächerlich erst. Gearbeitet mit ihm zusammen, oder? Anscheinend. Oh, es ist der Karpus von der Referee. Aus mit Erna. Aus mit Erna. Oh, es ist der Karpus. 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 Bild Underground Wrestling. BANG!